Moin ihr Toads und Willkommen zu einem neuen Stream wir spielen heute Mario 3D World in der Challenge und zwar könnt ihr mir pro Welt eine Challenge geben und ich habe es vier. Vier Challenges sind immer in der Infokarte, so heißt das hier in Deutschland. Da sind vier Challenges und eine davon könnt ihr immer abstimmen. Pro Welt eine andere. Schaut einfach mal beim Stream auf das I. Das sollte jetzt hoffentlich gehen. Da sollten jetzt pro Welt eine Challenge sein und die wird auch pro Welt ein bisschen anders. Zum Beispiel No Power Up, das wird später auch noch kommen in einer späteren Welt und ja. Schaut einfach mal beim I. Ihr geht aufs Video oder auf dem Stream besser gesagt und dann oben rechts ist so ein I und da könnt ihr abstimmen. Und erstmal willkommen an alle die hier so am Start sind. Sind da relativ viele Leute hier am Start glaube ich. Ich sehe nicht wie viele aber ich sehe dass hier Leute am Start sind. Und ja ich sage einfach mal Hallo Zauberer. Hallo Lukas. Hallo Gaming. Edgar. Hallo Hallo Hallo. Ich würde sagen wir fangen einfach mal an. So bitte. Ja natürlich mit Toadie. Ist ganz klar. Schreibt mir mal ob der Sound passt. Hab schon abgestimmt genau. Oben rechts seht ihr bzw. könnt ihr abstimmen für die Challenge die wir gleich machen werden. Aber erstmal gibt es das schöne Intro. Ich glaube ich muss den eigenen Stream gerade mal neu laden, damit ich mir die Ergebnisse angucken kann. So wie sieht es dann aus? Darf ich... Oha. So. Immer ZL drücken und alle goldenen Fahnen holen ist bei 39% die beiden. Oha. Ja. Ja. Oben abstimmen. Und dann schauen wir uns gleich an wo das so abgeht. Hallo Redstock. Hallo. In wie weit 2 darfst du immer Münzen sammeln jetzt? In Welt... Achso in Welt 2 darfst du keine Münzen sammeln jetzt? Ähm. Ich schaue noch nicht. Ich lasse mir noch nicht spoilern was in den nachfolgenden Challenges so abgestimmt wurde. In den nachfolgenden Welten. Ich schaue mir jetzt nur Welt 1 an. Und da ist aktuell... Ähm. Aktuell ist da... Immer ZL drücken bei 42%. Okay. Bin mal gespannt. Und hallo Lenbart. Challenge Idee ohne Tod. Oha. Das ist gemein. Kennst du mich noch? Ja. Dein Name sagt mir was. Lol. Erste Abstimmung. 200%. Ja. Nein. Nein. Nicht 100%. Ihr müsst da neu laden. Weil YouTube das nicht so schnell auf die Reihe kriegt. Und dann seht ihr die Ergebnisse. Immer schön den Stream neu laden und ein Like geben, Leute. Ne. Der Toddi. Okay. Toddi ist am Start. Und... Ich würde sagen, wir schauen jetzt einfach mal für Welt 1, was wir da als erstes machen müssen. Das kann aber was werden, ne? Nicht sprinten. Oh, das ist auch blöd. Okay. Ähm. Challenge 1 ist immer ZL drücken. Ne. Das kann ja lustig werden. Aber irgendwie war das klar, dass sie das nehmen tut. So. Dann schreibe ich jetzt hier eben hin. Okay. Ähm. Muss ich ja mal hinkriegen. Ähm. Da. Ja. Das kann ja schon mal lustig werden. Immer ZL drücken. Los geht's. Jetzt kann ich auch ein bisschen mehr auf euren Chat eingehen. Und dann wird alles toll. Ja. Und hallo Mario-Fan Mario. Das ist innovativ. Ja. Das sind hier innovative Ideen. Was war ZL nochmal? Das hier ist ZL. Ich darf so springen, Leute. Und falls es wirklich mal nicht geht, muss ich dann mal loslassen. Aber ich denke, das ist hier Challenge Nummer 1. Äh. Toddi. Toddi, lass dich nicht vom Gummler gehen, ne? Darf ich da irgendwie hoch? Äh. Ja. Dankeschön. Oh Gott. Ja. Das ist hier neues YouTube Niveau. Ja Toddi. Schon ZL. Äh. Ich druck die ganze Zeit ZL. Ich druck hier nix anderes. Geh mal in die Röhr rein, Junge. Slutboy, hallo. Den Stern können wir gerne mitnehmen. Yeah. Umgekehrt. Pfff. Das ist hier. Ah. Toddi. Ah. Ah. Ich kann's rollen. Wie roll ich denn? Oh. Toddi. Ja. Ich würde sagen, das war doch schon mal ein erster schöner Tod. Toddi. Äh. Ich werde heute lustig hier. So Toddi jetzt bitte da hoch. Dankeschön. Das ist der arme Toddi Klein wegen euch, ne? Y. Okay, Y ist auch ne gute Sache. Mach mal Minecraft Stream, bitte. Äh, Toddi. Gib dir den Ball. Oh, der Pilzi. Kein Pilzi für uns. Das sieht so komisch aus. Toddi. Solang der Tod Spaß hat, ist alles gut, ne? Oh, Toddi. Nicht vom Goomba. Nicht Goomba. Nicht Goomba. Nicht Goomba. Pfff. Halleluja. Ja, so kann man natürlich auch in Welt 1 fällen, ne? Ist ganz klar. Ich glaube, diese Taste wird nach diesem Run heute kaputt sein. Toddi. So, wir rollen mal ein bisschen. Uh. Skillig unterwegs heute hier, meine Lieben. Äh. Dankeschön. Ich druck's ganz halt, diese Taste. Ich müsste noch eine Controller Cam einfügen. Aber ich verarsche euch nicht, Leute. Domtendo 2.0. Ne, 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 ne. Pfff. Domtendo ist nochmal... Pfff. Okay. Okay, okay, okay. Das kann lang dauern. Nein. Das wird Zubi. Das wird Zubi. Doddi, geh hoch. Wunderbar. Okay, soll ich da rüber gehen? Ich glaube nicht. Ich geh jetzt hier in 1 sind hier. Hallo. Äh. Ich glaube, wir schaffen's heute nicht durch. Das Ganze, also ich meine jetzt nicht die Welt, sondern das Spiel. Nice. Hallo, Luca. Geh da durch. Gut, Doddi. In der ersten Welt 100% machen und ZL gedrückt halten. Ja, hallo, ja. Aber das seh ich ja mal gar nicht ein. Pfff. Domi hat das ja mal bei Mario Kart 8 gemacht, so Challenges. Ihhh. Ihhh. Aja, wir können ja rollen. Wir können ja rollen. Nein, Doddi. Pfff. Wo rollst du denn hin? Hier nach Afghanistan wieder, ne? Ich merke das schon. Ihhh. Pfff. Uhhh. Uhhhh. Also komm. Todi. Haha. Todi. Ja. Dieser Hasensa fährt der verarsche mich doch voll, ne? Freust du dich nur auf Castle? Ja da war sowas von. Oh, ich glaube, den lassen wir. Der Tüfer arsch mich nur, ey. Oh! Ey, ich hab mich noch schon berührt. Und hallo, Jasmeno. Ja, das ist doch ein Dreck hier, ey. Was war das denn? Gefühlt, irgendwas explodiert. Habt ihr das gehört? Ich weiß nicht, was das war. Doddy! Och, Mann. Doddy! Das läuft heute nicht so gut hier, ne? Etop! Und wie lassen wir das? Das ist nicht so geil. Machen wir weiter. Dieser, hier ist der beste Toad Army, ja genau, äh, Doddy. Bitte, da hoch, danke. Also so hab ich auch noch nicht 3D-Mare, äh, 3D-Word gespielt. Ich glaube, ich kann nicht da runter? Nee, ich mach das lieber nicht. Das ist mir zu Risiko hier heute, ey. Hey, ich komm grad von Zahnarzt. Ja, hoffentlich geht's dir gut, mein Lieber. So, erstes Level geschafft, nach einer halben Stunde. Nee, 9 Minuten. Somit tut jetzt schon mein Finger weh, ne? Die tut jetzt schon mein Finger weh. Dafür muss jetzt jemand ein Best-of machen. Ja, bin ich mal gespannt, ob da jemand sich die Mühe macht. Die sind ja auch nicht mehr so viele wie möglich zu halten. Ich bin auch nicht mehr so viele wie möglich zu halten. Was? Erzählst du da? Luca? Ja, komm mal auf vom Zahnarzt, ja. Wo kommt ihr denn alle her, oder, ey? Ist ja schlimm. 51 zu sehr. Ja, moin an alle, die hier so am Start sind. Das wär heute lustig hier. Ja, hallo Robert. So, Toddy geht in Welt 2 und hoffentlich hat er sehr viel Spaß. Und stimmt weiterhin in der Infokarte für Welt 2 ab. Welt 1 ist jetzt gegessen. Aber in der Infokarte könnt ihr für Welt 2 abstimmen, was ich da machen soll. So, Toddy drückt weiterhin immer noch ZL und hinterher fällt mir mein Finger ab. Aber sowas von. Weil diese Gamepad-Tasten sind eh eklig. Also spendet mir bitte 100 Euro, damit ich danach zum Arzt gehen kann. Dankeschön. Hallo der grüne Toad, moin. Oh, skillig unterwegs. Ich will eigentlich ein bisschen ein paar Sterne sammeln. Die brauchen wir nämlich. Ey. Ach, hier ist gar nichts. Okay. Infokarte ist das beste. Ja, genau. Alle die Infokarte holen die hier am Start. Ja, moin. Hallo Luca. Komm. Ja. Weißt du, andere machen auch so Challenges immer. Mario, this is speedrun. Und ich denke mir so, ich bringe noch was Innovatives. Und dann geht es hier richtig ab. Oh, Toddy, das macht mir gut. Das macht mir richtig gut heute hier. Diese Taste tut mir jetzt schon so doll weh im Finger. Aber ich ziehe es durch. Ziehe es durch, Leute. Viele Klicks. Hallo. Sterb. Ja, das war jetzt nicht ganz so mein Ziel. Aber okay. Ich wollte eigentlich hoch. Ähm, Goomba. Hallo. 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 Dankeschön. Ähm, dieser Goomba da oben, der stört mich ein bisschen. Wann ist der nächste Privatkampfleistung? Das weiß ich noch nicht. Einfach die Abo-Box beobachten und am besten die Glocke da lassen. Ne, Glocke ist immer gut. Und dann siehst du das. Zum Glück machst du kein Google-Formular. Ich hasse das. Ja. Da wir ja hier auf YouTube sind und wir hier diese Funktionen haben mit dem Abstimmen, habe ich es hier direkt gemacht. Ähm, ja, 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 es läuft. Komm, Goomba. Oh, da haben wir ihn bloß ein, Toadie. Ja, also man sieht, Toadie ist heute ein bisschen gelähmt unterwegs. Dem geht es heute nicht ganz so gut. Er hat leichte Rückenschmerzen, man sieht es. Er hat so leichte Probleme heute. Aber Toadie, in Welt 2 wird es hier wieder besser gehen, hoffentlich. Wir gehen einfach mal unten durch. Die Stempel brauchen wir eh nicht. Oh, jetzt müssen wir... Gut, wie komme ich da jetzt durch? Ich glaube, ich springe da einfach wie so ein Irrer durch, oder? Ja, einfach so. Passt. Wann sehen wir, der erste Game Overkommt? Ja, hoffentlich gar nicht, Junge. Hoffentlich gar nicht. Hallo alle, hallo Leon. Spielst du auch 3D-Spiele privat? Hab ich's mal. Aber die kann ich leider nicht auf YouTube spielen, weil ich keine 3D-S Capture-Card habe. Deshalb kann er heute springen. Oh, moin, ne? Das ist schön, Mario-Fan. Aber warum heißt du dann Mario-Fan und nicht Toad-Fan? Hm. Ja, Welt 2 auch Graz überlebt. Puh, ist das schwer heute hier, die Level. Mein armer Finger. Er blutet fast. Ich hab heute Geburtstag. Ja, denn herzlichen Glückwunsch, Leon, ne? Läuft bei dir heute? Wie alt bist du denn geworden? So, nächstes Level. Ich glaub, wir würden sagen, wir gehen erstmal ins Pilzhaus. Uns ein Item gönnen. Ähm, auf der Wii U nehme ich keine Freunde an, weil ich da keine Online-Spiele spiele. So, Toadie, jetzt enttäuscht mich nicht. Ich nehme einfach mal die hier. Yay! Äh, oh, Toadie! Ja, hier muss ich ja nicht... Ja gut, hier auch. Äh! Äh! Ich hab schon abgestimmt. Das ist immer gut. Abstimmen oben in der Infokarte für die nächste Challenge in Welt 2. Schade. Ja, bringt ja nix, wenn ich hier kein Online-Spiel spiele. Aber auf der Switch nehme ich hin und wieder mal Freunde an. Ja. Wer nicht abonniert hat, ist geblockt. Ja, in der Tat. Uh! Nein! Ich kann doch nicht die Feuerblume einsetzen. Das ist ja Dreck. Das ist ja Dreck. Das ist die... Äh! Gib mir bitte was. Ich brauche Leben. Nein! Die zerstören mich ja richtig. Als ob. Spring halt! Oh, ist das geil. Toadie klatscht jeden. Aber sowas, wann hast du ja gerade gesehen. Ja, was? Also, das kann ja mit den Bossen spaßig werden. Genau. Das ist... Das ist Killer heute hier. Hallo, hab abgestimmt. Das ist Zupi. Und hallo Sally. Willkommen. Kannst du wieder mal auf Fangames machen? Das wird wieder kommen. Demnächst. Heute erstmal was anderes. Aber demnächst wird es so welche Videos wieder geben. Ah! Ist da oben ein Item? Ich bräuchte mal ein Item. Nicht. Okay. Dann halt nicht. So, weiter springen. Wer ist an meiner Haustür da? Das weiß ich nicht. So ein kleiner Toadie, der hier am springen ist. Leider kann ich nicht ran so. Ich würde ihn gerne ein bisschen näher betrachten. Ah, Toadie! Das klingt so süß. Finde ich wichtig. Jeder ist hier wichtig. Oh, geht mit diesem Pilz. Dankeschön. Nimmst du Super Mario One irgendwann auf? Nö, hab ich nicht vor. Mario One ist ja jetzt auch schon wieder ein Jahr oder so alt. Hab ich jetzt kein großes Interesse daran, das irgendwie zu spielen. Ich hab's mal gespielt. Ja. Aber ist inzwischen auch schon wieder lang her. Spiel zu Fortnite privat sehr selten mal. Ist jetzt nicht ganz so meins. Aber ich find's auch nicht schlecht. Yay. Ich möchte gerne 100 Euro schenken. Aber darf das leider nicht. Buh. Das kann ich auch verstehen. Weil 100 Euro ist viel Geld. Okay. Ich würde sagen, wir rollen da am besten. Nein! Rollen, Toadie! Ja, das war jetzt nicht ganz so erfolgreich. Na gut. Toad ist mega geil und die beste Spielfigur. Das seh ich genauso. Aber den Stern haben wir wunderbar verkackt. Musst du alle Sterne sammeln? Nö, aber ich muss so viele sammeln, dass ich in die nächste Welt komme. Und zwei Viertels Bann. Das ist mein Gefühl zu harmonieren. Du bist nur ein eins krasser Toad. Gibt's hier nicht irgendwo eine Katzen-Glocke? Geh mal her. Yay! Oh, ist das lustig. Warum magst du Toad so sehr? Der ist so süß. Allein in diesem Spiel klingt der voll geil. Den kann man ja nur mögen. Okay, die Katze können wir nicht wirklich benutzen, sehe ich gerade. Wenn ich immer ZL drücken muss, kommt auch die da hoch. Oh, also aktuell läuft's ja noch recht gut. Aber hier rutscht der so eklig. Geh da hoch! Dankeschön. Ja, Toad sind süß. Ja, das sehe ich genauso. Ein! So, jetzt bitte. Wie hört sich da immer entgegen? Kirby X21. X210. Ja, genau, danke dafür. Wollen wir uns da hoch? Doddy, gib Gas. Geh halt da hoch! Oh, mir tut sowas von der Finger schon weh. Der fällt echt noch ab heute. Aber egal, ich ziehe das hier durch heute. Das war gar nicht so einfach. Renn halt! Immer diese Tasten drücken. Ja, richtig gut. Welchen Toad magst du am meisten? Roten, blauen. Ähm, blauer. Blauer ist der geilste Typ. So, das wäre jetzt hier spannend. Was war das? Äh, was? Hier gibt es kein Checkpoint? Und? Wie viele? Ja, ist okay, Toadie. Warum ist da kein Checkpoint? Oder bin ich zu doof, den... Bitte beweg dich. Oder bin ich zu doof, den einzusammeln? Hallo? So, das will ich mich ein bisschen beeilen. Spring da hoch. Als ob da kein Checkpoint war. Und, hallo Nintendo-Fan. Hallo. Moin. Das zeige ich an. Es ist ja... Ey, danke. Lacht mich ruhig wieder aus. Ist okay. Ist okay. Ich nehm das so hin. Gib mir die Katzen-Glocke. Als ob. Ja, immerhin. Tod sind Gangsters. Ja, auf jeden Fall. Und wir werden das jetzt schaffen, Toadie. Ich glaube an dich. Wo ist eigentlich der scheiß erste oder zweite... Bitte geh da hoch. Wo ist eigentlich der erste oder zweite Stern? Einen habe ich ja gesehen. Da war eine Röhre. Aber wo ist der andere? Den habe ich jetzt nicht gefunden. Geh da hoch. Danke. Okay, es läuft. Es ist immer so traurig, wenn Toadie gegen die Wand läuft. Da wird er immer so traurig, finde ich. So, nochmal neu hier. Hä? Was? Was? Nicht dein Ernst. Eigentlich verdienst du nur noch eine Million Abonnenten. Ja. Er ist 16. Ja. Wow. Bitte, hör auf. Ja, das wird heute lustig. Oh, den haben wir aber skillig gekillt hier. Ja. Ich werde es jetzt schaffen, Leute. Ich glaube an mich. Am besten gehe ich hier einfach ohne... Was? Rettung des Jahrhunderts und dann so ein Fail. La 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 la. Wow. So, Toadie. Wir strengen uns jetzt mal wieder ein bisschen an. Das lief doch eben ganz gut mit uns beiden. Dann kommt der nächste. Der ist einfach so. Ich muss einfach drauf klarkommen, hier auf die Kacke. Hui. Im Plessy-Level habe ich übrigens... Da habe ich es übrigens gut. Da muss ich es nicht drucken. Weil da bringt es ja nichts. Da bin ich ja auf Plessy. Da würde eh nichts passieren. Also da ist das Leben besser. Aber ich möchte da jetzt gerne mal hinkommen. Da, die. Geh da hoch. Danke. Wir nehmen jetzt diesen Weg hier. Der andere ist mir zu blöd. Wow. Wow. Hoch. Nein. Warum muss eigentlich alles über eine Taste funktionieren? Nintendo. Warum? Warum muss ducken, weitsprung, hochsprung, alles mit ZL sein? Was ist los bei euch? Bad Toad. Nein. Noch geht es dem Toadie ganz gut. Ich freue mich aufs Kaste. Aber ich auch. Das wird super. Nein. Toadie. Danke. Und wenn du noch kein Like gegeben habt, ne? Haut mal euren Like hier rein. Für den Abend, Toadie. Er braucht ein bisschen Support. Jetzt haben wir keine Katzen-Glocke. Das ist blöd. Geh mal her. Geh mal her. Nein, halt nicht. So, ich will jetzt einfach nur noch ins Ziel. Geh mal her hier. Nein, halt nicht. Oh doch. Geh mal her. Toadie. Gönn dir. Aber nicht runterrutschen, ne, Bruder? Nicht runterrutschen. Gut. Wie wäre ein Super Toad Odyssey Dates für Mario Odyssey? Das wäre super. Like gegeben ist immer gut. So, jetzt ganz langsam. Ganz lang... Oh, bitte. Ganz langsam und geschmeidig. Okay. Das wird jetzt was. Ich habe dich abonniert und habe dir ein Like gegeben. Eric, das ist super. Danke dir. Hier. So. Komm mal ran hier. Okay. Gut. Wir sind richtig gut. Mit null Sternen sind wir hier rausgegangen. Wow. Das war mal alles zu stressig hier. Weg hier. Ich würde sagen, die Level sind so auf jeden Fall schwieriger als vorher. Bester YouTuber, besser als Zombie. Das würde ich so nicht sagen, aber danke dir. Joa. Lass Toad auch ein bisschen YouTube-Money verdienen. Ja, auf jeden Fall. Ja, wie läuft es her? Joa. Nicht so gut. 24 Minuten. Drei Level. Geht besser. Ja, ich würde sagen, wir gehen erstmal ins Plessy-Level, damit sich mein armer Finger ein bisschen erholen kann. Wir lieben dich, Pius. Ja, dankeschön. Danke, Eric. Du bist so bist. Oh. So. Jetzt muss ich hier nichts mehr drücken. Jetzt kann sich mein armer Finger mal... Wir müssen erstmal hochkommen, der Toaddy. Wir sind einfach im Plessy drin. Wir sind einfach jetzt durch den Plessy durch auf seinen Rücken. Okay. So, jetzt habe ich ein bisschen Erholung, meinen Finger. Das tut ihm bestimmt ganz gut. Ja, angenehm. Toad braucht Geld. Joa, hm. Geld ist immer gut, ne? So, hier müssen wir jetzt einfach ein paar wunderschöne Sterne sammeln. Und hallo, Eddy. Haha. Ja. Toad geht einfach durch den Plessy durch. Er kann es halt. Ihr macht es halt auch, wenn es nichts bringt. Ja, okay. Ich drücke ja schon, Seth, ey. Ey, das bringt ja echt was. Gefühl, springt er weniger. Trotzdem sind ja alle drücken. Ja, ihr hasst mich alle. Ich merke das schon. Ich hasse euch auch. Hihihi. Ich drücke es jetzt echt. Bisschen. Ja. Kaum zu glauben. Ist der Nightbot da? Ne, den gibt es hier nicht. So, jetzt bitte den letzten Stern noch holen. Wunderbar. Das nennt man nochmal skillig, oder? Und ungespielt fern. Hallo. So, Toad hier runter. Geh da. Hoch. Wunderbar. Das läuft. Weißt du was? Wir gehen unten lang. Oh, ist das so wichtig. Keine Erholung für den Finger. Oha, ihr seid alle so gemein, Leute. Wisst ihr das? Miu. Miu. Hast du jetzt unterschwellige Werbung für Miu gemacht? Ist aber nicht gut. Immer diese unterschwellige Werbung für Miu, ne? Schlimm, schlimm. Ja, und wie war euer Tag heute so? War toll. Ich hab heute meine erste Prüfung geschrieben. Das war Englisch. Lief ganz gut. Ah, okay, bist gut. War okay. Joa. War jetzt kein Meisterwerk. War aber auch nicht komplett scheiße. War okay. Hi. Nur damit du weißt, mein Name ist falsch geschrieben. Okay. Warum änderst du ihn da nicht? Oder geht das nicht? Plessy und Toad sollte also Toad in Sunshine spielbar sein. Wegen Plessy sollte mal ein paar... Du musst noch ein bisschen auf Schreiben üben, mein Lieber. Aber auf jeden Fall sollte Toad überall spielbar sein. Das sehe ich genauso. Wir haben heute eine Mathe-Probearbeit geschrieben, ja. Die habe ich am Freitag, die Mathe-Prüfung. Freue mich schon drauf. Kommentiere die nächsten Minuten auf Englisch. Ja, das ist jetzt aber... Die Fanges müsst ihr abstimmen in der... Ähm... In der... Infokarte. So heißt das Ding. In der Infokarte... Oben rechts beim Stream ist eine Infokarte. Dieses I da. Und da könnt ihr abstimmen. Ja. Meine Challenge ist, dass du immer stehen bleibst und nie rennst. Okay. Das kann ich gerne mal dazunehmen als Challenge. Ich habe bisher nur Challenges bis Welt 4. Und bis Welt 3 aufgeschrieben auf YouTube. Und bis Welt 4 habe ich Ideen. Und dann... Eure Vorschläge. Geht nicht, weil YouTube sagt, mein Name wurde kürzlich erst geschrieben. Okay. Das ist natürlich blöd. Nein! Hoch da! Gut. Mal wieder einen Stern für uns. Ja, auch in Fortnite muss Tony spielbar sein. Ganz klar. Überall. Ui! Dieses Rutschen ist süß. Pio ist der beste YouTuber der ganzen Welt. Ja, danke, Mario-Fan. Tony kann gut rutschen, oder Leute? Oh Mann, ich würde gerne ranzoomen. Das geht nicht. Tony ist doch richtig geil heute hier unterwegs. Ja, ich glaube, das Level ist eigentlich relativ easy. Hoffe ich zumindest. Ja, alles ist eigentlich easy. Ist ja Welt 1 noch. Als ob du den jetzt nicht berührt hast. Wunderbar. So, jetzt den da noch. Wow, Tony, das hast du richtig elegant gemacht. Ich bin stolz auf dich, mein Lieber. Bin richtig stolz auf dich. Also, ich hoffe ja irgendwie noch, dass 3D-Wide für die Switch kommt. Das wäre schon geil. Einige beschweren sich dann ja bestimmt wieder. Oh, jedes Videospiel kommt für die Switch. Aber 3D-Wide ist einer meiner Lieblingsspiele. Ich würde es mir wünschen. Der muss sich nicht mehr mit dem Gamepad spielen. Alles ist toll. Ja. Ah, da rein. Oh, hier muss ich jetzt Stammattacken machen. Wie mache ich das? Ach, Scheiße. Ja, ey. Betrug. Betrug. Was zeige ich an? Ich habe den doch berührt. Ist doch nicht wahr. Mann. Gibt es hier auch wieder keinen Checkpoint? Oder bin ich zu blöd? Ich meine, hier war auch wieder kein Checkpoint. Okay. Was sind deine Lieblingsspiele? Boah. Keine Ahnung. Habe ich nicht so wirklich? Auf jeden Fall 3D-Wide zählt zu einem meiner Lieblingsspiele. Odyssey ist toll. Zitun ist toll. Ah. Dieser Kamek hier regt mich minimal auf. Okay, wir haben es geschafft. Wunderbar. Und weiter geht's. Du kannst auf der Wii U mit Wii U Pro Controller spielen. Ja, das geht. Nur das Ding ist, ich habe gar keinen. Ich habe mir den nie gekauft. Frag mich nicht, warum. Ich sah da nie wirklich einen Sinn dran, weil viele Spiele, die ich gespielt habe, wie zum Beispiel Markhardt oder auch, äh, doch Markhardt unterstützt den, aber Zitun hat den nie unterstützt, deswegen habe ich den nie gekauft. Weiß ich nicht. Äh, sah ich nie so ein Interesse dran. Ja. Das Level haben wir auch geschafft. Ich bin stolz auf mich. Kannst du dir ein Leben ohne Toad vorstellen? Puh. Das ist ziemlich schwer. Weil Toad ist sehr süß. Ich habe acht Freunde, die dich abonniert haben. Oha, Luca. Ganz schön viel. Aber bitte spam nicht so viele Emojis. Das muss nicht sein. Ein, zwei reichen. Und hallo Creepy Boy 06. Hallo. Ein Casino brauchen wir nicht. Wie viele Sterne haben wir? Zehn. Pass, können wir da machen. Captain Toad Level machen wir heute nicht. Eigentlich liebe ich ja den Toadie. Aber die passen nicht in die Challenge rein, die ich machen werde. Also, lasst mir die Captain Toad Level für heute aus. Sonst liebe ich sie natürlich. Toad ist echt flexibel. Bei jedem eine andere Farbe. Ja, ist einfach so. Toadie ist ziemlich geil. Ja, Leute. Und jetzt sind wir im Castle. Und danke für das Abonnieren, mein Lieber. Jetzt sind wir im Castle und müssen so bestehen. Mit ZL drücken die ganze Zeit. Müssen wir so bestehen. Bin mal gespannt. Und abstimmen für Welt 2 könnt ihr in der Infokarte. Weil gleich geht's ja zu Welt 2. Ah. Schade, Mann. Zu langsam gewesen. Oh, lass mich in Ruhe. Diese Gumbas sind so gemein zu den armen Toadie. Lass mich in Ruhe. Oh, die Musik hier ist sehr episch. Der große Bowser-Fight kommt. Ja, sowas von. Ach, hoch. Freust du dich auf die zweite Challenge? Ja, weil schlimmer kann es eigentlich nicht werden. Finde ich. Weil in der zweiten Challenge geht es ja um was anderes. Oh, ich muss da hoch. Und auch danke an dich fürs Abonnieren. Willkommen. Du bist nur ein Toadie. Was machst du, wenn du das unentschieden bei der Auswert, bei der Abstimmung? Ähm. Gute Frage. Ich hoffe einfach, dass es nicht dazu kommt. Falls es dazu kommen sollte, suchen wir einfach eins von beiden aus. Ich glaube... Äh. Nein. Habe ich ihn nicht mal bekommen. Mist. Okay, das wird jetzt eklig. Zum einen erstmal hier durchzukommen. Wie das aussieht. Wie soll ich jetzt hier durchkommen? Huh. Oh, das ist lustig heute hier. Ach ja, rollen. Wir können ja auch rollen, ist ja ganz klar. Vergesse ich ihn wie immer. Ich vergesse ihn wie immer zu rollen. Weiß auch nicht. So. Ja, komm. Hoch da. Wie wäre Super Mario 3D Planet? Eine Mission aus Galaxy und Super Mario 3D World. Das wäre eine schöne Sache. Ich bin noch gespannt, was sie dieses Jahr auf der E3 so ankündigen. Ob ein neues 2D Mario kommt oder gar nichts. Oder Mario Maker. Ich bin da sehr gespannt, was da kommt. Ich würde mich ja über so einen 3D World Nachfolger eigentlich sehr freuen. Oh. Wir müssen also rollen, dann schaffen wir das. Kannst du morgen auch streamen? Nein, morgen kommt kein Stream. Ich bin wahrscheinlich der nächste am Freitag, weil ich diesmal in der Prüfungswoche bin von der Schule. Und da habe ich jetzt nicht so viel Zeit. Aber heute wollte ich mal ein bisschen 3D World streamen. Hallo Omega. Hallo Marvin. Moin. Ja. Toadie ist gut im Fußball heute. Okay, ich freue mich schon. Ja, wahrscheinlich kommt dann Freitag wieder ein Stream. Das ist ja meine normale Zeit immer, wann ich so streamen immer Freitag so. Ja. Magst du Harry Potter? Ja, ist ganz nett, ne? Gib mir bitte Bälle, die ich auch treffen kann. Dankeschön. Oh, ganz knapp. Ja, Marvin, bei mir geht's ab, ne? Man muss sich ja immer mal innovative Ideen einfallen lassen, ne? Als ob... Oh doch, da noch getroffen. Gute Sache, Toadie. Wie lange geht das Film? Ungefähr immer anderthalb Stunden. Ist immer so meine Zeit. Also immer anderthalb Stunden, 90 Minuten. Ist immer so geplant. Spielst du Mikewurft? Ja, nicht so. Habe ich damals öfters mal gespielt. Inzwischen aber nicht mehr so. Oh, wir haben ihn besiegt. Mit keinem Gegentreffer, Leute. Seid ihr stolz auf mich? Ich hoffe's. Ich hoffe, ihr seid stolz auf mich. Schreibt jetzt Hälfte im Stolz. Ja. Lief doch schon mal ganz gut. Schaust du Animes? Nein. Ich mag eher so Filme und... Sowas. Aber Animes ist nicht so ganz meins. Heftig stolz. Ja, ich find's super, Leute. Es läuft doch super heute hier. Toadie, spring noch ein bisschen hier. Gleich darfst du nicht mehr springen, Toadie. Gleich bist du erlöst. Von der Hocke. Oh, Toadie, deine Stimme ist so süß. Na, 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 na. Oh, wunderbar. So. Oha, 81 Likes. Ja, Leute. Macht ihr gut so. Stolzer Toad. Ja, super. So. Ich würde sagen, wir gucken jetzt einfach mal, was ihr für Welt 2 denn alles so abgestimmt habt. Ihr habt jetzt noch kurz Zeit, bei dem I reinzugehen. Oben rechts beim Video ist ein I. Und da könnt ihr abstimmen, was ich jetzt in Welt 2 machen soll. Könnt ihr noch eben machen. Und dann guckt ihr da rein. Ja. Macht mal die 100 Likes vor. Ja, auf jeden Fall, ey. Gönnung. So, was steht denn für Welt 2 an? Gucken wir mal rein. Oha. Interessant. Welt 2 mit 6% nur für 100 Sekunden. Okay. Ich hab gedacht, das wollen mehr Leute. 43% wollen keinen Gegentreffer bekommen. Okay. Und 49% wollen keine Münzen sammeln. Okay. Also sind wir jetzt mal Anti-YouTuber und wollen kein Geld. Tau dir, ob wir das schaffen, ne? Ich bin mal sehr gespannt. Inwelt 2. Keine Münzen. Okay. Schreibe ich eben hier oben mal hin. Keine Münzen sammeln. Wunderbar. Und ja. Welt 1. Äh, Welt 2. 1. Los geht's. Du und kein Geld wollen. Äh, halt Stopp. Ich denk mir, für Welt 2 kein Geld. Kann man auch mal Peach nehmen, oder? Nee, oder? Wir bleiben bei Toadie. Toadie ist süß. Toadie ist der Beste. Deswegen bleiben wir bei Toadie. Kein YouTube-Money für Toadie, ja? Aber endlich wieder. Keine Hocke mehr. Das ist so angenehm. Aber jetzt keine. Oh, das wird ziemlich eklig, weil. In jedem Fragezeichen-Block kann ja theoretisch. Als ob da. Gut. Für jedes Mal Münzen sammeln, muss ich mich umbringen. Hat das schon mal gut geklappt? Wow. Sui. Weißt du? Da willst du was erzählen. Und gehst du irgendwo hin. Und da kommen einfach so Münzen raus. Das wird ja eklig. Und auch keine Gegner killen. Ja, Sui. Ah, das wird wieder toll. Ich suche mir immer die besten Sachen aus. Kann das sein? Ihr seid immer so nett zu mir. So, keine Münzen. Ah, das wird Sui. Denkst du, dass die Challenge schwer ist? Ja. Ah, ich denke, die ist nicht ganz so leicht. Weil theoretisch kann über eine Münze sein, ne? Theoretisch kann über eine Münze sein. Und für jedes Mal, wenn ich eine Münze einsam, dann muss ich mich umbringen. So läuft das hier. Den Stern sammle ich lieber nicht ein. Aber wenn ich die vier hier mit dem Stern kaputt mache, kriege ich ja auch Münzen. Das will ich ja nicht. Also nehme ich den Stern lieber erst gar nicht. Wow. Kein Gegentreffer. Ich bin stolz auf mich. Ich muss die, glaube ich, ganz schnell weg. Und sammelt der für mich Münzen ein. Das will ich nicht. Ähm. Den kann ich auch nicht killen. Ich würde sagen, in dieser Welt mit Sternen wird nicht so leicht. Oh, da oben sind auch Münzen. Die darf ich nicht berühren. Und auch hier darf ich nicht oben ankommen. Weil ganz oben kriege ich, glaube ich, auch Münzen, ne? Bin mir gar nicht so sicher. Kannst du ja das Gamepad nutzen, um die Wege zu überprüfen. Ach, das geht? Okay. Ach ja, man kann ja so ein bisschen rum, ne? Danke für den Tipp. Kennst du den Zock-Bot? Ja, kenn ich. Mirrors. Das ist längst tot, Junge. Daddy ist tot. Natürlich will ich das jetzt aktivieren. Das ist ganz klar. Umgibst ihn ab. Joa. Brauchen wir es aber noch nicht. Jetzt geht's in 2-3. Okay. Spielst du mit Gamepad? Ja, ich spiele mit Gamepad. Sehr spaßig. Wie lange streamst du noch? Ähm, ungefähr... Ja, wir gucken mal. Auf jeden Fall noch... Oh, die nehme ich lieber nicht. Bisschen streamen wir noch. Ja. Kriege ich für den Stern auch... Ähm, Geld? Ich glaube nicht. Wenn ja, dann weiß ich da Bescheid. Toadie! Sein Ernst! Okay, umbringen. Umbringen ist toll. Bam! Das war ja super. Wow. Okay, Finn... Nein? Okay, gut. Wunderbar. Aber als ob der die Münze da eingesammelt hat. Ne? Ich raste aus. Ganz langsam da vorbei. Wunderbar. Bühne Münze. Ja, Profi ist wieder am Start hier. Ja, ich merke das schon. So, die Münzen sind mein Gegner. Münze haut ab. Ich brauche euch nicht. Bin reich genug. Kann mich doch ohne... Ne. Ich glaube, ich muss jetzt hier rüber springen, ne? Wir sind Irrer. Okay. Die Münze wurde zum Glück nur dahin gelegt. In Odyssey werden instant eingesammelt. Und hallo, HeroCrafta HD. Hi. Ah! La, 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 la. Tipp über die Münzen springen. Ja. Oh, das... Hör auf. Das wird wieder super heute hier. Und hallo, Thomas. Hallo. So, jetzt beeile ich mich ein bisschen. Danke dafür. Oh, das wird jetzt eklig. Ich darf sie... Ich darf sie ja nicht killen. All top! La, la, la. Game, das ist vom H3D World. Oder was meinst du? Was meinst du? Ich glaube, die kann ich echt nicht nehmen. Sonst... Keine die Gegner. Und dann kriege ich Münzen. Das will ich ja nicht. Ja, das ist jetzt hier ein hartes Level für mich. Hauptsache... Okay. Gleich Game... Oh... Ach, du Scheiße! Wieder gleich... Oh, nö. Oh, nö. Ich bin gleich Game Over. Ach, du Scheiße. Das läuft ja mal gar nicht gut. Hallo, Yoshi, Yoshi. Okay, immerhin wieder groß. Gott sei Dank. Du kannst in der ersten Welt Ups farben. Okay. Oh, warum diese Münzen da? Ich glaube, hier komme ich gar nicht vorbei, ne? Die muss ich anscheinend einsammeln. Obwohl... Ich komme da vorbei. Gut. Umbring. Umbring. Tschüss. Tschüss. Yay. Bin ich jetzt Game Over? Was mache ich jetzt? Was mache ich jetzt? Mache ich das Level weiter? Muss man bei Game Over neu anfangen? Beim Level oder bei der Welt? Schreibt mir das mal bitte eben in den Chat, wenn ihr das wisst. Muss ich beim Game Over neu anfangen bei der Welt oder das Level? Und soll ich jetzt rausgehen, das One-Up aus der Oberwelt holen? Level. Level, okay. Ja, denn probieren wir es mal weiter. Und hier muss ich jetzt rüberspringen. Die nehme ich mal nicht. Als ob! beim Checkpoint, okay. Oh, bitte noch mal Kinn. Ja! Läuft! Game Over in Welt 2. Uuuuuh! Ja, bitte. Äh, es läuft. Du kannst in der ersten Welt fahren, okay? So, wo komme ich jetzt wirklich raus? Habt ihr mich nicht verarscht? Okay. Wenn du alle Versuche verlierst, erscheint die Todungglückshäuser wieder in ihren Plätzen. In ihren Plätzen, okay. Sind alle blöd hier. Das Spiel ist jetzt blöd zu mir. Ich gönne mir jetzt dieses One-Up. Wo ist denn das? One-Up. Hier ist One-Up, ne? Irgendwo. Oder? War doch irgendwo ein One-Up, oder nicht? Und hallo Felix. Ah, da ist es. Jetzt habe ich sechs Leben. Das werde ich aber jetzt schaffen, hoffentlich. Das Level ist schon eklig. Muss weg. Viel Spaß noch. Mach noch einen Game Over. Nein! Hast du Breath of the Wild? Ja, habe ich. Als ob mir der schon angeboten wird. Wow. Spiel? Denkst du, ich bin so schlecht, oder was? Und hallo Leonard? Moin. Ey, das ist nicht wahr jetzt. Als ob. Dieses Spiel hat ein Problem, ein Problem, genau. Ein Problem mit Münzen. Ich merke das schon. Ich habe diese Münze nicht berührt. Never. 97 Likes, danke. Ich habe diese Münze nicht berührt. Spiel mal besser, Alter. Ey, Marvin. Äh, Marvin, genau. Mario. Bist gemein zu mir. Aber diese Münze habe ich nicht berührt. Das zeige ich an. Jetzt werden wir es schaffen hier, Leute. Ich klappere mich. Uhuhu. Skillig. Oh, ich habe so Angst, ne? Die Münzen-Shuttle ist wieder so eklig. Die wieder schlimm. Oh, bitte fall da nicht runter, ne, Junge? Gut. Den haben wir schon mal. Mh. So, jetzt hier mit Anlauf rüber. Okay, jetzt hier so. Ich raste gleich aus. Ich wollte diese Pflanze. Ich hasse sie, okay? Bitte mit mir rum. Danke. So, jetzt schaffe ich das, Leute. Jetzt schaffe ich das. Das wird jetzt was. Und dieser Block, ne? Dieser Block. Du spielst eh voll gut. Ja, Dankeschön. So. Jetzt nehme ich die einfach mal. Ist okay? Sammelt ihr die Münzen ein? Ja, ich dachte, die sammelt die Münzen ein. Wie Mario Kart. Okay. Als ob! Das ist nicht wahr. Bitte. Das läuft. Ich spüre die Energie. 100 Like stabil. Ja, Leute, läuft bei euch. Darf ich mich beerdigen? Ja, ich bezahle nochmal den zweiten Game Over, oder? Das läuft heute richtig gut. Das ist nicht wahr. Warum? Ich glaube, das wird nichts mehr. Oh, doch. Hä? Das habe ich... Das habe ich nicht gedrückt. Ich habe einfach nur einen Weitsprung machen. Einsam schwer als ihr echt. Ich glaube, noch zwei Leben. Dann ist hier schon wieder Schicht im Schacht. Oh, das ist noch nicht wahr. Okay. Okay. Den Dreck werfen wir weg. Den... Ups. Die greift mir auch noch an, die Eile. Das habe ich auch noch von zwei Seiten Gegner. Das Geld. Das erste Mal ist das Geld beim Gegner. Und diese Pflanze, die Irre da. Oh, Jesus Christus, Maria und Josef. Das kann ja so besser werden, Leute. Oh, hättest du jetzt diese Münze eingesammelt? Ja, ich wäre gegangen. Ich wäre aufgestanden und gegangen. Warte mal. Wenn ich die Kill kriege, ich Münzen. Ich muss da irgendwie vorbei. Nein! Habe ich dafür jetzt eine Münze bekommen? Wenn ja, die muss ich glaube ich haben. Sonst komme ich da eh nie weiter. Ich glaube, die muss ich sogar killen. Die lassen wir jetzt einfach mal so durchgehen. Und zwar zweifle ich heute noch. Sonst mache ich heute noch silizid. Die lassen wir mal so durchgehen. Sonst ist halt echt Ende hier. Sattori, ich schaffe mir das. Äh. Okay, gut. Eklig. Oh, geh halt mal ins Ziel, Junge. Geh halt mal ins Ziel. Äh. Ich muss heute zum Impfen und Englisch üben. Aber ich wollte auf jeden Fall noch zugucken. Okay, Lukas. Impfen, ja, das ist ja immer eine schöne Sache. Und Englisch üben ist auch immer toll. Als ob die Münzen denken, Peng, voll in die Fresse. Das denken die sowas von, Junge. Das denken die sowas von. So. Wir haben es geschafft. Ich fühle mich gerade voll gut. Ab in die nächste, ab ins nächste Level. Nimm doch Peach. Ich kann das nicht mehr ansehen. Achso, ich kann das nicht mehr ansehen. Nein, Peach. Nehme nicht. Toadie ist der Beste. Wo ist... Nein! Soll ich das riechen? Jetzt kommt der beste Abgang. Tchuuu. So ist ein Leben bei einem Toadie. Er springt in den Abgrund. Ja. Diese Münzen konnte ich jetzt nicht riechen. Ich dachte, da sind vielleicht ein Grünstern da oder so. Hallo, ihr Mäuse. So, wo sind hier die Grünsterne? Game Over Zähler 1. Ja, ja. Epic Fail auf jeden Fall. Überall könnten Münzen sein, ne? Überall. Ich hab morgen Geotest. Oha. Ich hab morgen gar nichts. Dafür Mittwoch Deutsch. Arbeit. Was heißt Arbeit? Prüfung. Toadie so. Yo, was ist denn da oben so? Ist da oben ein schönes? Kann dieser Typ bitte gehen? Danke. Hasen. Ja, Hasen. Das sind Mäuse. Springt hoch. Gut. Ein Leben, ja. Ist krass. Ey. Ey. Das Spiel wollte ich wieder abkastieren. Als ob. Hör auf. Das ist... Dieses Münzenscheiße. Der ist so eklig. Oha. Genau. Gehst du da mal hoch? Als ob. Ich glaub, da... Komm ich da vorbei? Ne, da komm ich nicht vorbei. Das ist wieder eklig. Die Münze muss ich sogar einsammeln. Ey. Es gibt da echt so... Münzen in diesem Spiel... Ja, moin. Läuft. Bester Tag. Wunderbar. Sag mal, nächstes... Hm. Kann ich diese Münze überhaupt ausweichen oder nicht? Und in dem Moment... Kommt da so ein Lackaffe und killt mich. Oh, Toddy. Was haben wir nur gemacht heute hier? Aber da... Das ist ja kein Problem. Da sind wir schnell wieder da. Gar kein Stress für den Skiller im Haus. Ich würde ja ganz gern diesen Checkpoint haben, ne? Ah, da komm ich im Leben nicht rein. Oder? Münzen sind Gift. Ja, genau. Da komm ich nicht rein, ne? Ne, lass mir das. Lohnt nicht. Hallo. Spring. Warte mal. Jetzt trickst du mich hier in Deutschland. Spring hoch. Egal. Passt schon. Wie lang denn jetzt noch? Hm. Ich würde sagen, locker noch eine halbe Stunde. Ganz am Rand. Ey. So, jetzt bin ich ganz am Rand. Wenn ich die jetzt einsammel, dann... Da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da. Und wie dieien... Huhu-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da. wieder da. So, hier wollen mich die Entwickler mal abkassieren, aber das sehe ich ja mal gar nicht ein. So, jetzt gehe ich hier ganz am Rand lang. Wenn ich jetzt einsammle, ja, okay, die Münze muss ich anscheinend einsammeln. Sonst geht es hier gar nicht weiter. Kann mich der Typ hier in Ruhe lassen? Hoffentlich kriege ich jetzt hier keine Münzen. Dankeschön. Anscheinend muss ich die Münze einsammeln, sonst geht es gar nicht weiter. Okay. Was ist hier? Oh, ich will schlafen. Okay. Okay, das kann ich machen. Das geht. Glaube ich. Ja. Einfach nicht die Gumba-Skill. Galumba. Ah ja, so heißt es nicht, Viecher. Skillik. Das war gut, ne, Leute? Das war sehr gut von mir. Gegenteil unsichtbare Band gesprungen. Okay. Dark Moon oder so. Hallo. So, jetzt bitte einmal da runter. Hoffentlich sind da jetzt keine Münzen, ne? Okay. Und Okto24. Auch hallo an dich. Nee, Otaku. Nicht Okto. Ey! Wat is dat denn hier? Und danke an dich fürs Abonnieren. Ja, wat is dat denn jetzt hier? Luigi Time, hallo. Moinsen. Hallo Galaxy 2.0. Lol. Ja, wat is dat denn jetzt hier? Leute, ich probiere jetzt was aus. Kann ich mit dem Gamepad die Münzen stoppen? Das war ausprobieren. Okay, Leute? Das, ich kann die stoppen. So, das ist eh unfair. Deswegen, ich puste jetzt einfach mal. Ich hätte sie sogar nicht berührt. Seht ihr? Ich hätte sie sogar nicht berührt. Ich habe sie mit dem Gamepad. Wow. Was ist das jetzt unfair? Nintendo, ihr seid richtig unfaire Leute. Das Spiel ist schwerer mit der Chance als Kaiser Mario. Das sehe ich genauso. Richtig, Asias Game. So, 14 Sterne. Das sieht doch gut aus. Oh nö. Der Galumba ist am Start. Ja, wunderbar. Hallo Galumba. Ja, wir kommen doch ganz gut voran, ne? Eine Stunde, Welt 2. Das ist doch richtig gut heute hier. Einer ist schon mal weg. Okay, da muss ich anscheinend Münzen sammeln. Geht nicht anders. Wow. Aber die sah mich nicht ein. Die sah mich nicht ein. Oder auch doch. Weil der Typ stehen bleibt. Ja, das Level konnte ich jetzt nicht lösen so richtig. Aber das nächste. Bye jetzt. Okay, du gehst jetzt. Tschüss, Linus. Machst du ein 10.000 Abonnenten-Special. Wenn wir sie in drei Jahren erreichen, gerne. Ohne. Flügel, viel Glück noch. Ja, danke dir. Linus. Ja. Hier geht es wieder richtig ab. Das wird ein Spaß. Das schwerste ist das Kaiserslevel. Oh ja. So, das findet sich wieder lustig hier. Ich freue mich schon. Keine Münzen. Und stimmt jetzt schon mal für Welt 3 ab. In der Infokarte könnt ihr dies tun. Wollt ihr mich verarscht jetzt? Ernsthaft? Ey! Was? Was war das? Tot sind die Besten. Danke, Luca. Und der 0x4 muss auch gehen. Ja, bye. Ja, und was war das jetzt für ein Scheiß? Den Betrug, den zeige ich bald an hier, ey. Tschüss. Tschüss. Armer Tony. Ähm, hier war irgendwo ein... Ich glaube, hier war ein Stern. Yay. Gehen wir durch die Röhre. Wow, nice, gut. Danke dir. Oder was auch immer du jetzt gerade meinst. Mein Vater mag tot. Das ist ein guter Vater. Nicht diese Gegner killen. Illegant vorbeilaufen. So läuft das hier. Gut, schon mal ein Checkpoint. Immer eine gute Sache. Den killen wir nicht. Den ignorieren wir. Okay, den muss ich killen. Sonst geht's nicht weiter. Ja, Pflichtmünzen muss ich natürlich einsammeln. Sonst geht's ja nicht. Ich bin 16. Ja, okay. Ein Stern haben wir geschafft, Leute. Ich bin stolz auf mich. Ich bin sehr stolz auf mich. Ich glaube, jetzt kommt das Kasse, ne? Ja. Ich gönne mir erstmal nochmal das One-Up. Kann man mal gebrauchen. Kasse 2. Das wird ja lustig. 16 Todjahre. Ja, genau. Bin stolz auf mich. Ja. Ich bin auch stolz auf mich. Welche Sternen-Zeichen bist du? Ich bin Krebs. War ich am 7. Juli gewonnen. Gewonnen. Ich hab am 7. Juli gewonnen. Jo. Am 7. Juli Geburtstag. Ich glaub, du bist der Erste, der mich das fragt. Aber okay. Und hallo, Farbenwirbel. Hi. So, Toddy. Toddy ist sehr motiviert. Ins zweite Kasse. Ich bin Schütze, okay. So. Keine Münzen. Das wär super. Heißt, auch kein Item einsammeln. Weil hier überall könnte ja theoretisch eine Münze sein. Okay. Die Münzen darf ich kriegen. Ah, das ist unfair. Aber ich darf keine einsammeln. Selber. Aber wenn Kugelwilly für mich eine Münze einsammelt, das ist nicht fair. Wenn die irgendwelche dummen Kisten kaputt waren, kann ich mir nix für. Was hältst du von schwarzen Toads? Die gibt es. Ich wüsste nicht, dass es die gibt. Bin auch Krebs. Okay. So. Uh. Elegant gesprungen, Toddy. Ich hab am 9. Juni Geburtstag. Ja, das ist ja super. Das ist ja bald sogar. Und ich am 7. Juli. Oh. Nein. Keine Münzen. Oh. Das hat mir gut gemacht, ne, Leute. Ich bin da sehr stolz auf mich. Wieder mal. Wie immer. Go to the community tab. Ja, auf jeden Fall, ey. Auf jeden Fall. Das wär super. Ah. Uh. Okay. Ja, komm. Mach raus. Ja, danke. Aufpassen ist hier sehr angesagt. Wie soll ich da jetzt durchkommen? Das ist mal wieder unfair, ne? Okay. Da musste ich so machen. Gut. Möglichst keine Münzen eingesammelt. Soweit wie es ging. Ja. Okay, das wird jetzt eklig. Aber dass ich so lame verkacke, hab ich auch nicht gedacht. Als ob ich jetzt hier alles von vorne mach. Und hallo, Toda. Du musst dir nicht dafür entschuldigen, dass du später kamst. Schön, dass du überhaupt da bist. Das zählt hier. Ja, die Münzen, da kann ich nix für. Le, ja, das war... Scheiß, Tod. Tod. Nicht Tod. Blöder, Tod. Tod und Tod. Ne, das klingt so ähnlich. Ganz schlimm. Ich bräuchte jetzt einfach mal ein Item, ne? Ist hier ne Münze drin? Okay, ist nicht. Wunderbar. Nein. Nicht schießen, Junge. Immer ZL drucken. Ne, ne, das war in Welt 1, mein Lieber. Jetzt sind wir in Welt 2 und da gibt's was Neues. Bring dich um. Ja. Da hab ich ne Münze eingesammelt. Und Schürz, Adi. Schön, dass du da warst. Ist der erste Stream, den ich von dir gucke. Ja, das ist ja schön, der Fehler. Willkommen auf jeden Fall. Und ja, das war jetzt nicht so gut. Hi, wird bestimmt cool. Hallo. Hi, dass du da bist. Willkommen. Willkommen. Ja, das wär eben blöd. Ja, Toda, das musst du überlegen. Was wollt ihr für Welt 3 abstimmen? Welche Challenge soll ich in Welt 3 machen? In der Infokarte könnt ihr jetzt abstimmen. Münzensgift. Ja, sowas von. Münzen sind ganz schlimm. Ähm. Ähm. Oh, skilig. Äh. Wow. Läuft. Im Business. Unter 100 Sekunden, ja. Äh. Okay. Okay, 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 okay. Mh. Ah. So, da musste ich ja leider so springen und eine Münze einsammeln. Geht nicht anders. Aber jetzt darf ich ein Ziel. Hoffentlich. Wir kommen an alle Toast. Wenn ihr Pio supporten wollt, könnt ihr dies in Form eines Likes. Hier ist Reuters das sicher. Ja, auf jeden Fall. Liken ist immer eine gute Sache, Leute. Liken, teilen und abonnieren. Oh, nein. Das ist nicht gut. Ja, da kommt noch direkt ein Abo. Danke dafür. Willkommen, du krasser Toad. Huuu. Das ist gar nicht so einfach. Okay, aber geschafft und keine Münzen. Die will ich nicht. Die Münzen kannst du vergessen. Die brauche ich nicht. Ich bin reich genug. Toad ist reich genug. Hi, ich bin ein neues Mensch, der dir zuguckt. Hallo, willkommen an dich. Schön, dass du da bist. So. Wir haben die Welt überlebt. Ich bin stolz auf mich. Pio ist es rich, er braucht es nicht. Na, ist einfach so, Toad. Ist einfach so. Ich sehe gerade, mein Gamepad-Stift ist rausgefallen. Und Farbenwirbel, danke fürs Abonnieren. Wo ist denn mein Stiftchen? Ich sehe ihn gerade nicht mehr. Mano, mein armer Stift. So. Stimmt jetzt ab in der Infokarte. Für Welt 3. Was ich da machen soll. Gleich gucke ich rein, was die meisten Votes hat. Meine Tastatur. Dann musst du das in den... Also wenn du auf dem PC bist, dann musst du gucken, ob du in den Einstellungen hast, dass deine Tastatur auf Englisch ist. Weil im Englischen, eine englische Tastatur, da sind die... Da ist Z und Y genau getauscht. Im Gegensatz zu einer deutschen Tastatur. Und wenn es auf dem Handy ist, jetzt musst du beim Handy in die Einstellungen mal gucken. Eins von beiden. So, bitte rein da. Ach, ihr Toads. Moin, moin. Gutes Wetter. Hi an dich. Und auch hallo an Nils. Moin. Doch, Abos sind immer gut, Nick. Damian, danke fürs Abonnieren. Du krasser Toad. So, jetzt gucken wir, was ihr abgestimmt habt. Ich bin sehr gespannt. Was habt ihr gevotet? Für Welt 3. Okay. Für Welt 3 habt ihr gevotet. 5% keine Münzen sammeln. Das haben wir ja eben gerade erst gemacht. Das hätte ich eh nicht nochmal gemacht. Hätte ich eigentlich auch rausnehmen können. Habe ich nicht dran gedacht. Ganze Welt mit Katzenglocke. 18% und 75% haben wir gemacht. Jedes Level unter 100 Sekunden. Okay. Jetzt werden wir also zum Speedrunner. Alles klar. Ich kann dich viel besser verstehen, wenn ich mich mit deiner Sprechweise ver... Danke. Habt ihr das gerade gehört? Wenn ja... Dann schreibt mal irgendwas mit... Hashtag LOL. Ja, auch danke an dich fürs Abonnieren. Äh, halt stopp, halt stopp, halt stopp. Nein! Hipster-Blog, danke fürs Abonnieren. So, ich will jetzt mal den Text ändern hier. Okay. Okay. So, äh, das passt da nicht mal hin. Das ist natürlich blöd. So, jetzt passt es. Wir wollen mit Toad spielen. LOL. Ja, läuft hier, ne? Das war Amazon... Äh, nicht Amazon. Das war der... Microsoft... Wie heißt das Ding? Cortana, genau. Ich bin außersehen auf die Windows-Taste gekommen und die eine fängt hier an zu labern, ey. Das sehe ich aber gar nicht ein. Halt deinen Mund, Cortana. Dich brauchen wir gar nicht. Ach ja, du musst mich beeilen. 100 Sekunden. Bei 400 geht's los, ne? Es ist so angenehm, wieder Münzen zu sammeln, Leute. Das ist so geil. Das ist so geil. Gibt's nicht Besseres? 100 Sekunden. Ja, ganz entspannt hier durch, ne? Wuhu! Cortana Profi sind ja... Ja, danke. Toad, danke, danke, danke. Ich bin doch immer krass unterwegs. So. Level 1 haben wir schon mal geschafft. In unter 100 Sekunden. Läuft. Ja, genau. Ich hab mein Geld für den Lambo ausgegeben. Jetzt muss ich mir... ...neues Geld sammeln. Nudeln sind lecker. X2. Danke fürs Abonnieren. Du bist nur ein krasser Toad. Und Torti Games. Hi, mir geht's gut. Und dir willkommen im Stream. So, kann ich da rein? Ja gut. Nicht so ganz. Dann müssen wir halt hier schnell durch. Geil. Jetzt wieder chillen und streamen gucken. Hallo, Dieter. Final Boss Welt 3. Das wird super. So, 100 Sekunden schnell hier durch. Aber trotzdem werde ich noch den einen oder anderen Stern sammeln. Am Ende brauchen wir... ...ein paar Sterne. Äh. Dankeschön. Mir geht's auch gut bis jetzt. Okay. Das ist gut. So, schnell da durch. Wir haben noch 64 Sekunden. Nein. Als ob. Oh, die springen da hoch. Und jedes Mal, wenn ich es in der Zeit nicht schaffe, muss sie mich einmal umbringen. Wie bei den Münzen. Immer umbringen, ist han angesagt. Und da wir nur drei Leben haben, ist das gar nicht so gut. Ich muss mich jetzt beeilen. Wir haben nicht mehr viel Zeit. Nein. Und Craft Styler. Als ob. Ich hab nur noch 20 Sekunden. Nein. 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 Wow. Hat das nicht so ganz geklappt? Nein. Jetzt schnell hier durch. Aber hier hat's nicht ganz mit 100 Sekunden geklappt. Das ist schade. Aber jetzt schaffen wir's wohl hoffentlich durch. Äh. Wunderbar. Seit wann machst du tot? Was genau meinst du? Den Stream, den mach ich seit 15 Uhr. YouTube mach ich seit 2013. Und diesen Kanal seit 15. Ja. Ach nee. Seit wann magst du... Nee. Seit wann magst du tot? Ach, das meinst du. Ähm. Oh. Den mag ich schon seit immer eigentlich. So. Äh. Äh. Mit Geisterhäuser ist das eigentlich kaum möglich. Deswegen hab ich jetzt einfach weitergemacht. Weil ich hab ja eigentlich keine Zeit verloren so wirklich. Und deswegen hab ich das denn... Sonst mach ich nicht von der Halbzeitflagge weiter. Aber Geisterhäuser geht's anscheinend nicht wirklich. Das ist blöd. Hallo Iggy. Junge, wer spielt das noch? Warum nicht? 3D World kann man doch immer mal wieder spielen, oder? Und Domtendo hat's auch erst gespielt vor ein paar Wochen im Let's Play. Also warum nicht? So. Panik. Das Level ist easy. Weil ich hier sogar 100 Sekunden habe. Ah. Hier hinten ist ein... Stern. Das Level ist doch gut abgestimmt auf die Challenge, oder Leute? Das ist doch sehr passend. Und... So. Jetzt noch zum Ziel. So wirklich. Wirklich. Ja. Das war jetzt nicht ganz so gut. Was hältst du von Life is Strange? Ja. Das ist schon ein tolles Spiel. Kann ich abstreiten. Ich hab's vielleicht Domtendo gesehen. Selber gespielt hab ich es nicht. So. Da rein. Und trotzdem gestorben. Dankeschön. Ja. Leider. Leider ist das wahr. Ist es blau deine Lieblingsfarbe? Ja. Ist es. Hast du dein Lieblings Mario Game? Pooh. 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 Puh. Also Odyssey mag ich sehr gerne. 3D World mag ich auch sehr gerne. Oder auch Mario Kart 8. Eins von beiden. Eins von den drei. Was ist deine Meinung zu Splatoon 2? Ähm. Ich spiel's recht oft. Dementsprechend mag ich's. Ja. Hallo Leon. Hallo Kirby. Willkommen alle einfach, die hier so am Start sind. Wie kam's denn hier auf Toad? Ja. Ich mochte ihn eigentlich schon immer. Dementsprechend. Ich hab ihn in New Super Marvel's Wii gespielt immer. Dementsprechend kannte ich ihn Toad hier schon ganz gut. Und Toad ist einfach nur süß. Kann man ja nicht abstreiten. Muss für Englisch stören. Alles klar. Kirby X2. Dann danke, dass du dabei warst. Und tschüss. Und tschüss. Das klingt jetzt so dramatisch. Tschüss. Genauso tschüss mit Carmack. Den brauchen wir auch nicht. Den braucht niemand. Magst du Fußball? Hm. Also, ich sag mal so. Die WM's. Äh, die Europa-Meister. Europa. Hm. Die Weltmeisterschaften. Soll ich die Dinger. Die ich meine. Die Weltmeisterschaften schau ich mir hin und wieder mal an. Die sind ja alle vier Jahre, soweit ich weiß. Aber selber spielen tue ich's nicht. Und jo. Tut einfach der Beste. Ja, das ist echt so. Ja. Das wär jetzt, glaub ich, lustig. 100 Sekunden. Mal sehen, ob das was wird. 100 Sekunden. Oha. Das ist der erste Film, wo ich im Chat aktiv bin. Okay. Allgemein wird er nur bei mir. Allgemein wird er ziemlich krass. Was ist dein Hobby? Das hier. YouTube. Das war ein Hobby. Belassen, ne? Ey. Anzeige ist raus. Oh. Ob das das ist, ne? Lang streamst du noch? Bis halb ungefähr. Wenn wir hier durchkommen. Oh, das wird wieder knapp, ey. Geh da durch! Toadie! Blind jetzt auf beiden Augen, oder was? Da war ein schöner Luigi. Wunderbar. Hä? So. Okay, jetzt schnell da durch. Oh, ob das überhaupt drin ist? Ist das möglich? Ich glaube, das ist wieder nicht drin, ne? Ne, Neva ist nicht drin. Machen wir so, dass ich diese Uhren einsetzen darf. Das macht Sinn. Dann nehmen wir das mit den Uhren dazu. Ich glaube, ich ändere es um auf nicht 100 Sekunden, sondern... Ähm, nächstes Level unter... Ähm... Mh... Macht sonst keinen Sinn. Über... Über 400... Äh, ne, 300, ne? 300, ja. Du bist kacke, Dankeschön! Und das von einem Mod zu hören, ist sehr belastend. Ja, 300 Sekunden muss ich überhaben. So macht mehr Sinn. Heißt, ich kann Uhren einsammeln. Sonst kommt mir das nie durch. Ja, wieder mal kein Stern für mich. Skillig. Ne, das ist Quatsch. Dieses Quatsch. So, ne... So, macht das Sinn. Obwohl, man kann ja noch die Leertaste rausnehmen. So. So ist das besser. Tschüss, cool, danke. So macht's mehr Sinn. Heißt, ich kann Uhren einsammeln. Damit ich's durchschaffen kann. Haben wir ja gerade gesehen. Gesamter Wasserlevel macht keinen Sinn sonst. Muss gehen, schau. Ja, tschüss, Thomas. Hitbox, das nutzt noch jemand. Bis jetzt erst zu Hause, ja, da kann ich ja nix für. Kann ich ja nix für. Ich hab irgendwie immer noch Altreibe vor den Münzen hier, ne. Ich hab immer noch Angst vor den Dingern. Ich weich den immer noch so aus. Irgendwie, ab und zu. So, hier müssen wir uns auch beeilen. Der Counter darf nicht. Ach, warte mal. Ne. Ne, 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 ne. Über 300 muss es jetzt hier wieder sein. Hat jedes Level irgendwie andere Zeit? Weil hier sind's wieder 300. Klärt mich da mal auf, wie das mit der Zeit am besten machen soll in der Zukunft. Ich mach sowas ja auch das erste Mal. Das ist ja auch wie so ein Test sozusagen. Das kannst du schon mal einsamen hier, ne. Hast du ein Idol auf YouTube? Naja, Idol jetzt nicht. Wirklich, ne, eigentlich nicht. Domteno bin ich halt ein sehr großer Fan von, oder von Hübi auch. Aber Idol würde ich das jetzt nicht nennen. Ne. Okay, nur 28 Sekunden noch. Uh. Schreib einfach 300, 400. Ja, okay. So. Bitteschön. Man sieht, dass mit der Zeit macht gar nicht mal so viel Sinn. Weil die Level unterschiedlich, unterschiedliche Zeitangaben haben. Okay, nach 12 Sekunden. Alles sollte drin sein. Wenn auch knapp. Geschafft. Hast du auch Wasserlevel? Ja, ich bin nicht sonderlich großer Fan von Wasserleveln. Nicht wirklich. Was war das erste Game, was du je gezockt hast? Das weiß ich gar nicht. Weil, das muss irgendwas auf dem Windows 2000 gewesen sein. Oder auf Windows XP. Ne, 2000 müsste es gewesen sein. Das war auf jeden Fall kein Nintendo Spiel. Vielleicht ein Moron oder sowas. Um ehrlich zu sein, weiß ich es nicht wirklich. Bald ist es geschafft. Ja, genau. Bindern am Start. Zauberer. Das ist toll. Ja, Luca. Alles klar. Ja, auf jeden Fall. So. Hier haben wir jetzt schon wieder... 500 Sekunden. Das ist ja lustig von Nintendo. Nein, mache ich nicht, Hübscher-Blog. Dazu gibt es aber ein gesondertes Video zu. Wo ich das Ganze so ein bisschen erkläre. Oh, die geht da hoch. Nein. Toddy. Ich habe gesagt, du sollst da hoch. Diese Biene, ne? Diese Biene. Bin seit Start dabei. Zauberer. Das sind die krassen Toads hier heute. Und das war ein Doberfell. Genau. Ice Flower Games. Gibt es hier vielleicht irgendwo mal ein Item? Geht doch da hoch. Dankeschön. Super gemacht. Danke, Luca. Danke. Weißt du, Luca ist so ein Zuseher. Der schaut mir nur zu, um mich zu beleidigen. Luca. Such dir ein Leben. Okay. Hoch. Doddy. Doddy. Geht doch da hoch. Dankeschön. Oh, Sklick. Ich war einer deiner ersten 50 Abonnenten. Sicher? Okay. Krasser Typ. Oh, ich ziehe gerade 36 Sekunden. Ach du Scheiße. Das habe ich noch gut gemacht, oder Leute? Das habe ich noch gut gemacht. Ich glaube, das wird aber nichts. Das wird, glaube ich, nichts. Gibt es denn hier, wo man... Ja, okay. Okay. So. Ich muss es probieren, da irgendwie durchzukommen, schneller. Ich darf also diese Monde... Die Monde, genau. Ich darf die Sterne nicht einsammeln. Schaffst du nicht? Ja, ich merke das schon. Wie wollte er denn Mott? Ja. Oh, er hat bei mir 5 Euro gespendet. Nein, Spaß. Ja, auch danke an dich fürs Abonnieren. Du krasser Todi. Ich muss mich ein bisschen mehr beeilen. Beeilen ist immer gut. Nicht so viel failen. Das wird blöd. Und tschüss, Dieter. Schön, dass du da warst. Ich wollte so richtig krass sein mit... Oh, ich gönne mir oben die Zeit. Und dann spreche ich da wieder runter. Hm. Ah, schade. Bin wieder da. Hallo, Leonard. Oh, Skill. Oh, Skill. Als ob. Als ob der da nicht hochkommt, der Todi. Doch. Wunderbar. Nein, geh hoch. Gut. Ah, das wird echt eng. Ist das überhaupt machbar? Wenn nein, dann kann ich die Sache hier leider nicht anwenden. Ah, die lasse ich jetzt einfach mal aus, die Uhren. Knapp, aber geschafft. So. Hä? Okay. Ich merke mir, ich habe noch 44 Sekunden. Hahaha. Heute ist schon ein guter Tag. Kann man dir Spenden geben? Ja, das kannst du bei dem Super Chat. Das ist dieses S neben dem Smiley. Beim Chat. Ich würde sagen, das war gut. Luca, ja, das bin ich. Aber ein zweimal darunter zu fallen. Dritter Game Over war es. Nicht der zweite erst. Der dritte. Ach, du Scheiße. Du bist ein Noob, 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 Noob. Nein, 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 nein. Ihr seid nicht nett zu mir, Leute. Das ist kein S, sondern ein Dollarzeichen. Habe ich das nicht gesagt? Ja, das S, dieses Dollarzeichen dann einfach. Das meine ich. Bist du Mew? Nein, ich bin nicht Mew. Mew ist eine eigenständige Person. Man glaubt es kaum, aber das ist echt so. Oh, Toddy. Mach keinen Scheiß. Oh, das ist so eklig heute hier. Das Level ist echt Killer. Besser YouTuber, weil du immer failst. Dankeschön. Du bist auch alle nicht nett zu mir. Das ist nicht schön hier. Spring. Lauch. Dankeschön. Komm. Als ob. Toddy. Toddy. Hey, Toddy. Ist das dein Ernst jetzt hier? Ich hasse dieses Level, ne? Ich hasse dieses Level. Ich habe schon immer gehasst. Ich raste euch aus. Bitte, bring mich um. Komm, wir fallen das nicht mehr so runter. Das Leben ist so toll. La 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 la. Uuuuh. Du komisches Toastboot. Ich hasse dieses Level, habe ich doch schon mal gesagt. Ich glaube, das ist gar nicht in 100 Sekunden möglich, oder? Der ist doch eben auch so. Spring. Dankeschön. Ist das so schwer. So, jetzt bitte da hoch. Ja. Oh Gott, bitte steine ich mich. Oha. Ähm, kann ich? Ich nehme jetzt einfach mal nicht die Zeit. So, ich probiere es einfach mal so schnell wie möglich, hier durchzukommen. Aber ich glaube, das geht gar nicht unter 100 Sekunden. Dieses 100 Sekunden Ding ist, glaube ich, doch relativ blöd. Obwohl, vielleicht ist hier irgendwo Zeit. Ich brauche die Geld... Äh, das ist Zeit. Zeit ist Geld. Ich brauche die Geld. Hä? Was? Was war dat? Was war das? Ich glaube, das zeige ich hier bald an. Ich nehme jetzt einfach diesen regulären Weg. Das wird so blöd jetzt hier. Ja, ich habe keinen. Aber was war das denn, bitte? Ach, geh doch nach Hause hier. Soll ich mal übernehmen, ja bitte? Erlöse mich. Komm zu mir nach Hause und erlöse mich. Dankeschön. Toll, dass du noch glücklich bist, ne? Ich hole gleich. Hilfe! Ja, die Hilfe brauche ich auch. Ich brauche schwere Hilfe heute. Wo wohnst du? Ich wohne in Hamburg. Komm vorbei. Und ruf mich an und klinge bei der Tür. Schade. Und Nintendo Switch, der geht. Oder die geht. Ja, schön, dass du da warst. Tschüss. Oh, Tolli, da sind wir richtig geil runtergesprungen. Richtig gut heute hier. Und auch in Hamburg. Oh, das ist toll. Ich habe hier gerne Leute, die auch in Hamburg wohnen. Das ist immer eine tolle Sache. So, und warum bin ich jetzt hier gerade gestorben? Das zeige ich dir sowas an. So, anscheinend kann man dieses Level nicht in 100 Sekunden schaffen. Das ist natürlich blöd. Schade. Ich kann jetzt aber auch nichts machen. Ich spiele es einfach mal zu Ende. Wenn ich es schaffen tue. Ähm, kann ich da runter? La, la, la. Wuh. Alles ob. Ja, moin. Oh, Tolli, wir spielen so skillig heute hier. Moment mal, Moment mal. Hä? Ihr habt doch diese Plattform da unten gesehen, ne? Ich dachte, ich kann da so richtig... Oh Gott. Ich dachte, ich kann da so richtig geil rüber springen. Aber anscheinend nicht. Schade. Nein. Gib mir irgendwas. Schade. Oh, das muss ich auch noch klein überleben. Mama, bitte löse mich. Komm vorbei. In meinem Zimmer und da löse mich. Dankeschön. Gleich kommt sie echt. Ich merke das schon. Ja, Insta wieder verloren. Daumen hoch. Wir gönnen uns immer in diesen Mond hier. Stern. Nicht Mond. Das ist ein Stern. Wenn das schon mit der Zeit hier nicht geht, dann gönne ich mir immer ein paar Sterne. Na ja, Game Over and Uncoming. Nein. Jetzt nicht. Das bleibt heute alles so, wie es hier ist. Und da wird sich auch nichts rütteln. Ja, Moin. Ja. Da wird sich nichts rütteln. Falsch gedacht. Heute ist schon geil. Das ist nicht wahr, ey. Ja. Auf sein. Auf ein neues. Ist ja heute geil hier in dem Level. Ich würde auch gerne das nächste Level mal spielen. Das Level kotzt nämlich an. Jetzt verlässt mich hier alles. Ich sehe das schon. Oh, Junge. Kommt der live zum Online? Ja, der bleibt online. Den kann man sich nachträglich ansehen, wenn man nichts zu tun hat im Leben. Oh. Oh. Knapp. Hattest du schon den übelsten Ausraster? Nicht wirklich. Oder? Seht ihr das anders? Wie ist das die No-Coin-Challenge gewesen? Dann wäre ich jetzt ausgerastet. Aber so ist ja alles wunderbar. Nein. Ist doch alles super hier. Nice. Wie eine YouTube-Kacke reden. Auch eine gute Idee. Wie alt bist du? Ich bin 16. Niklas. Wie 1 in 1. Äh. Wie macht Star Wars bei 1 in 1? Seit 16 Jahren. Das Level schwer zu speedrunen. Ja, ich merke das schon. Das merke ich schon. So, jetzt nehme ich diesen Mond-Stern. Stern heißt das. Dann nehme ich den halt nicht mit. Ist okay. ein Ehrenstempel für den Toadie. Ja, ja, ja. Toadie merkt das schon. Puh. Hallo, Pascal. Wir haben es geschafft. Die Erlösung, Leute. Die Erlösung. Endlich. Geil. Hörst dich an wie 28. Was? Oha. Immerhin über 300. Ja, genau. Jetzt möchte ich ein bisschen Applaus von euch haben hier, ne? Schon krass gewesen, mein Skill. So. Das letzte Level für den Stream heute. Das final Level. Dann geht es demnächst weiter hier in 3D World. Aber ein Level haben wir jetzt noch. Und da versuche ich, so schnell wie möglich durchzukommen. Nach zwei Game Overs war es voll gut. Ja, ist einfach so, ne? Was habe ich verpasst? Viele Game Overs. Oh, ich sehe gerade, hier geht es mir der Zeit auch nicht. Ja, gut. Ich merke schon, Zeit ist nicht die beste Sache. Also, Leute, ihr habt euch falsch entschieden. Ihr habt die falsche Wahl getroffen. In dieser Welt ist Zeit nicht so gut. Hier kann ich mich ja nicht beeilen. Ja, gut. Und Pufferfisch, danke fürs Abonnieren. Du bist nun ein krasser Toad. Wo warst du in deinem Praktikum? Ähm, ich war bei zwei Informatikfirmen. Den genauen Namen sage ich jetzt aber nicht. Auf jeden Fall habe ich zwei Sachen gemacht, die mir sehr gefallen. Gibt ja auch viele Leute, die irgendwie irgendwas genommen haben, weil sie nichts gefunden haben. Aber ich habe es geschissen bekommen, ähm, Firmen zu finden, wo ich machen, arbeiten will. Ja. Einige haben dann irgendwie bei irgendeinem Supermarkt gemacht, weil ihre Eltern da arbeiten. Also, ganz lustige Sachen eigentlich, obwohl sie das gar nicht machen wollen. Nein! Wow. Läuft. So, jetzt zerstöre ich euch alle hier. Der Big Toad ist am Start. Und auch danke an dich fürs Abonnieren, du Stein-Craft-er-HD. Der Big Toad ist hier am Start. Wir gucken, tut. So ganz sauer. Ja. Halt, scheiß doch, ne? Ja, ja. Oh, nein. Ich bin die Röhe. Da will ich rein. 192 Likes. Ja, läuft heute hier. Und wenn er nicht geliked hat im Stream, kann er es gerne machen. Und wenn er nicht abonniert hat, kann er es natürlich auch gerne machen. Und Tony, danke schön. Ich freue mich auf jeden Fall schon, auf die nächsten Monate auf diesem Kanal. Mario Tennis werden wir schön spielen. Mario Tennis Aces. Und natürlich Captain Toad, wenn es für Switch rauskommt. Das werden wir im Livestream auch durchsuchten. Aber sowas von. Captain Toad und Mario Tennis Aces werden die nächsten zwei großen Sachen hier. Bis natürlich Smash kommt. Das werden auch gesuchtet. Also bleiben Sie dran. Unterstützen Sie weiter in den Taurot. Danke schön dafür. Ich würde sagen, wir haben es geschafft, Leute. Ich merke mir halt noch eins. Diese Zeit-Challenges sind nicht so gut. Die werde ich fürs nächste Mal rausstreichen. Die wird es in der Form so nicht geben weiterhin. Aber schreibt mir gerne jetzt eure Ideen für die nächste Folge. Für das nächste Mal. Schreibt mir gerne jetzt eure Ideen, was ihr da gerne sehen würdet. Und die eine oder andere Sache werde ich dann nächstes Mal in die Umfragen mit aufnehmen. Jetzt eure Ideen reinschreiben. Ich lese mir das dann später alles durch. Wenn das Stream fertig verarbeitet ist und so. Schaut mir das alles an, was ihr so geschrieben habt. Und ja. Schreibt das jetzt alle mal rein, was ihr so als Ideen noch habt fürs nächste Mal. Und das war es dann für heute. Demnächst geht es dann weiter in 3D World. Und ja. Danke fürs dabei sein. Lass gerne noch ein Like da. Und tschüss, tschüss, toddies. Ja, erstmal müssen wir natürlich noch sehen, wie die Ideen hier ihre Röhre baut. Ja, bau mal schön weiter hier, ey. Ja, mach's doch gut. Nicht Game Over gehen. Gute Challenge. Das wird schwer. Wenn wir morgen, ja, du bist jetzt nicht ganz passend gekommen. Aber vielleicht beim nächsten Mal wieder. Ja, Leute. Schreibt mir gerne eure Ideen fürs nächste Mal in die Kommentare. Oder hier in den Chat rein. Eins von beiden. Entweder in die YouTube-Kommentare oder hier rein. Und ja. Danke fürs dabei sein. Toddy ist wieder klein, wie immer. Er geht jetzt feiern. Er hat es bisher überlebt. Bis in Welt 3 mit 3 Game Overs. Ist das nicht krass? Oder 4 Game Overs? Bin mir gar nicht so sicher. Auf jeden Fall. Tschüss, ihr Toddies. Tschüss. 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 Untertitelung des ZDF, 2020